so hallo youtube ich noch mal das zweite video heute ja wie ihr seht gibt es ein freudiges ereignis noch besser als fußballweltmeister ist eigentlich nur wenn so ein baguette ankommt wird den meisten wahrscheinlich so gehen ist für mich immer ein freudiges ereignis wenn der bostbote klingelt und das baguette ist für mich dann ist zu 90 prozent ein messer drin ja und da ich ja die baguette immer wenn es irgendwie geht mit einem messer öffne das so ein bisschen bezug zu dem hat was drin ist habe ich immer zwei hingelegt zero tolerance 550er und 350er serie warum zwei weil ich nicht genau weiß was mich erwartet also das design hat es auf jeden fall von dem hier und den aufbau und das massive hat von dem hier gut einmal reinschauen was da drin ist erst mal rein kommen gut gepolstert haben die meisten messer hier gar nicht nötig vor allem das was da drin ist hat es nicht nötig ich habe das messer vor gefühlt zehn jahren schon in der hand gehabt das heißt es ist eine kleine legende von dem hersteller gibt schon ewig und gutes wird halt einfach beibehalten das ist die 300 serie habe ich eben gesagt das design kommt von dem 350er also ist gleich oder besser gesagt umgedreht natürlich war das das nachfolgemodell hier und das ganze ist halt ein bisschen breiter ausgeführt schwerer und stabiler ja schon eine neuere ausführung hier mit diesem stahl einsatz im titan und das läuft auch ganz gut also die verwandtschaft sieht man hier schon der clip ist baugleich das ganze design nur hier eben eine nummer kleiner und hier eine nummer massiver ja war eine gelegenheit auf dem gebrauchtmarkt und konnte mir dann eben nicht entgehen lassen ok gibt sicherlich später noch mal irgendwann ein video muss mir aber erst etwas einfallen lassen weil da gibt es eigentlich schon genug videos über das messer aber in deutsch sprach ich noch gar nicht so viele ich weiß der stefan hat eins und der sven cologne hat auch eins aber sonst fällt mir jetzt gar nichts ein ähm so spontan wir werden es mal sehen vielleicht kommt da noch mal was und bis dahin danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal bis dann bitte so wie